Ein herzliches Hallo in die Runde von mir, meiner Wenigkeit, unser Star-Gast heute, Jakob Hitzow. Dementsprechend ist natürlich auch das Gehalt, du verdienst auch mehr Geld, die Leute geben halt dann auch mehr Geld wieder aus und das bedingt natürlich auch, dass der Qualitätsanspruch steigt. Wer viel Geld zahlt für einen Drink und das ist ein Schnitt für eine Old Fashioned zum Beispiel 19 bis 23 Dollar, der erwartet natürlich auch, dass was Hünftiges drin ist. Der Cordon Bleu mit Rotweinschalotten und getrüppelte Kartoffeln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.